Willst du bitte das Kinn heben? Ja, und jetzt zeig mal das Tier in dir. Ah, du machst... Komm mit. Wenn das Nachthört in der Seele eines Menschen, so hat man das Gefühl, dass Gott einen verlassen hat. Geh und sprich mit deiner Frau, bevor es auch für dich zu spät ist. Warum geht's? Ich...ach... Ich bin seine Schwägerin. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat.